Hallo hier, ich bin Gerd aus der Grafschaft und wir haben heute mal ein bisschen anderes Ereignis auf unserem Bauernhof. Unsere Katze Uschi hat Junge gekriegt, die suchen wir jetzt, damit wir die zahm machen können und wir haben gerade schon ein bisschen vorgesucht, aber jetzt holen wir die zusammen vom Dachboot von unserem Kälberstall und tun die bei uns auf die Diele, damit wir die, damit die zwischen uns groß werden und sich an den Menschen gewöhnen und nachher zahm sind und kinderlieb. So, kommen wir mit, wir gucken mal eben, wie das so aussieht, ob sie noch da sind. So, hier hinten müssen sie sein. So, da ist die Mama schon. Es könnte sein, dass sie etwas böse wird. Na komm, ja. So, legen wir die mal an der Seite. Hier sind unsere zwei kleinen Kätzchen. Die Uschi kommt gleich hinterher und wir gehen jetzt zusammen auf Diele und tun die in extra Stall. Und die Katze findet ihr auf jeden Fall wieder und wird uns sicherlich folgen. Auf geht's. Ja, wie ihr seht, können die einmal hier schon im Licht zeigen. Nur zwei kleine Kätzchen. Kleiner als Sand. Und Uschi ist die ganze Zeit dabei. En Seht ihr hier? Puh! 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 So, die kommen jetzt hier in extra Stall. Geschützt von unserem Hund und allen anderen Tieren in unserer Sichtweite und hier können die jetzt gesund und munter werden und mit uns zusammen aufwachsen und werden nachher unsere neuen lieben Hofkatzen. So, ciao! Bis nächstes Mal! Musik Musik Musik